oh gott man hier habe ich schon so viele abzweigungen auf dem weg gesehen und wir laufen weiter und weiter und es hört nicht auf was ist hier los so viele knarren das mal was für dich entschuldigung slippery hole puncher entschuldigung aber das ist was heavy pistil ich nehme mal den hole puncher und du sagst ich hätte ich hab gar nichts gesagt ich tausche die gleich mal aus weil diese anderen waffen die sind scheiße die hat mich der knarger ein bisschen angetörnt gerade ich werde den slippery hole puncher mal aus ich hätte jetzt gerne den maximalen abstand zu dir während wir unterwegs sind und das zurecht nein ich gucke gerade auf die map und die sieht so komisch aus ich versuche gerade herauszufinden wo wir hin müssen bist du gerade runtergesprungen nein nein ich bin einfach wieder zurückgelaufen den weg ach so sieht nämlich aber ich glaube wir müssen nach unten da weil das quest ja ja weil das ich habe unterschätzt wie weit ich springen kann und wollte ein bisschen näher an die kante und wer fast komplett runtergesprungen dann hättest du komplett zurücklaufen müssen müssen wir dann nach unten auf den festmarker ja ja ich weiß deswegen sag ich ja weil hier hier ist ja keine höhle oder so wo wir rein könnten und hier in den hier kommen wir ja auch nicht rein also das scheint unter uns zu sein ja also dort wo wir schon mal war ja ja wollen wir es wagen ja lass uns mal runtergehen ich springe erst mal hier auf die zwischenstation nein nein ich bin von deinem kopf abgeprallt und dann nach unten fallen danke echt ich komme zu dir hast du wenigstens noch das schild eingesammelt was wo war ein schild keine ahnung dort war die fest ach so ne hier ist die festmarkierung ja der firehawk hat die bloodshots längere zeit schikaniert aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen angriff auf den firehawk eingeleitet ich frage mich warum sie sich so sicher waren weiter so bloodshots dieses dämonische ding wird den tag bereuen an dem es sich mit uns anlegte der firehawk wird an seinen eigenen weg alle der stecken lecker alter goliath goliath uncool goliath aua goliath doof goliath wir böse goliath muss sterben und tschüss auch leute flammender zwerg ist gut ist gut du mich auch ouch diesmal bist du ja irgendwo ins nirvana nach oben gerannt ich seh gar nicht mehr wo du bist na hier die 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 treppen bin ich hoch gerannt aber hier unten sieht doch auch noch oh ja aber hier oben auch überall wo bist du denn mein gott wenn man ja ich guck mir das mal an was du da so treibst hier sind nämlich auch noch mal ein paar goliaths ich bringe noch ein paar gegner mit oh baby ja doch dann schneller nach nomade alter geht's noch oh shit was ist denn mein gott gerade eben aus dem kopf gewachsen das sah wohl krank aus na die werden doch dann zu so bösen super bösen goliaths die mutieren dann rasender goliath auch null pro null munition im sniper das ist nicht gut naja ach die tun doch nix die wollen nur spielen aber ich will nicht mit ihnen spielen aber das ist doch hier ein spiel es wird den das andere süßlich bleiben oh gott hau ab komm schon lad nach du nasenbär oh ich hab keine munne mehr ja das problem kenne ich hier noch einer kommt raus das gibt's doch gar nicht ich könnte mal aufhören hier ah die eine waffe ja das ist genauso eine wie du gerade vorhin gesagt hast wow scheiße die explodiert auch erst so nach einer weile god au 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 noch einer komm schon you want some of this wo sind die noch woher schießt er keine ahnung das ist ja total voll hier totally ja hast du ihn gefunden nö ich sammle hier erstmal munition ein du auch ich sammle grad auch alle kisten vorher passiert hier gar nichts vorher kann hier gar nichts passieren ohne munition hier oben ist auch noch eine ganze menge komm schon ja die munition sammeln wir ja auch glaube ich für uns beide auf also ja also ich weiß noch dass es mit geld irgendwie so geteilt war mit munition weiß ich gerade nicht so ich glaube auch weil ich nämlich auch shotgun munition einsammeln konnte obwohl ich total voll war ah ok ich denke mal dass du die dann bekommen hast oh da sind sie ja so ach sehr gut so ich habe eh grad die schrotwinde draußen komm ich mal zeug hier guten tag ausgezeichnet ein traum hä waren wir hier schon wo sind die hergekommen äh gute frage ah das ist von da unten ich bin ich bin hier von links um der ecke gekommen da geht nämlich noch eine treppe hoch ah ok da bin ich hochgekommen ok ist hier oben jetzt noch irgendwas interessantes i don't know hier kommen vielleicht wieder welche aus den häusern raus wahrscheinlich oder auch nicht oder die haben wir schon die hatten wir glaube ich schon angelockt die sind wahrscheinlich gespawnt als wir unten vorbeigelaufen sind stimmt ich glaube als ich solo gespielt habe bin ich nämlich von hier oben gekommen hier oben hier oben kann man nämlich auch laufen ich sammle so oft so fette munitionspacks ein ich müsste meine muni eigentlich schon längst voll haben aber irgendwie auch nicht naja so wo äh gott wo müssen wir hin ich würde sagen nachdem wir hier so einen rundgang gemacht haben gehen wir erstmal stumpfsinnig auf die questmarkierung zu da war nämlich so ein eingang in ne höhle dumpfsinnig ist gut ja äh 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 voll geil ich mag quets ist auch geil voll knorke 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 alter oh geil so Geld, Geld, da vorne nicht ganz viel Geld oh guck mal kisten, oh ich mag kisten, ich hab eine knarre eingewendet, den wollte ich gar nicht okay ich glaube das ganze driftet so langsam Oh, ich habe eine Knarre gefunden, wo ein Maul mit Zähnen drauf gezeichnet ist. Interessant, interessant. Mauli. Das ist hier. Ah, da müssen wir hier unten durch. Hallo, wieso nimmst du das Geld nicht? Dankeschön. So. Haben wir hier noch? Kannst du mal nicht Leitern eigentlich hochklettern? Ich weiß gar nicht. Ah, das ging sehr gut. Ja, ja. Eigentlich schon. Oh, hier ist eine fette Schatzkiste. Gleich mal öffnen. Ich laufe mal hier fort zur... So, hier. Hier haben wir nämlich einen Speicherpunkt. Ah, Schilder. Sehr schön. Ah, mein Eventar ist voll. Sehr schön. Ah. Oder auch nicht. Warte mal, wie kann man Zeug nochmal wegwerfen? Äh, Q war das. Okay. Müsste da stehen. Ich kann es mit Dreieck. Wow. Ich will es auch mit Dreieck machen können. Das klang auch ein bisschen falsch. Aber egal. Du interpretierst nur zu viel. Ich interpretiere gar nichts. Ich interpretiere hier gar nichts. Ich sag nur, wie es ist. Genau. Das sind alles Tatsachen, die ich hier... und so, ne? Ja, total. Totally. So, haben wir noch irgendwas übersehen, so Loot-mäßig? Haben wir alles eingesammelt? Glaublich, ich habe unten eine ganze Menge eingesammelt. Also, eigentlich habe ich alle Kisten aufgemacht, die ich gesehen habe. Sehr gut. Dann lass uns nochmal kurz die Map öffnen. Ja, das sieht ja ziemlich vollständig aus. Hier so ein Eckchen haben wir irgendwie oben übersehen, aber... Kack drauf, ganz ehrlich, das ist egal. Drauf gepupst. Ja, ohne Witz. Na, komm schon. Ich sammle irgendwie total oft diese fetten Munitions-Packs auf und da sind irgendwie nur zwei, drei Kugeln jedes Mal drin. Total doof. Guck mal hier, so ein kleiner Seitengang. Give me the epics Loot. Das lookt nicht so, als wäre da irgendwas epics. Ach, guck mal hier auf den Boden. Entdecken kann ich eh drücken. Pullt der Kammer. Entdecke zwei versteckte Kammer-Symbole. Oh, cool. Das bringt mir das irgendwas. Cool. Aber wo? Hier auf der Map oder insgesamt im Spiel? Na, zwei fürs gesamte Spiel wäre jetzt ein bisschen wenig. Dann würde ich sehr stolz darauf sein, dass ich das hier gefunden habe. Ja. Das ist wohl wahr, aber ich glaube eher, dass es jetzt nur auf der Map hier ist. Was man wohl dafür bekommen könnte. Hast du schon mal so eins gefunden? Nee. Oh, dang. Ich habe ja auch nicht lang gespielt damit. So, ich gucke mal gerade wegen Skill-Punkt-Upgrade. Tu das, dann gucke ich auch gleich mal. Hier ist jetzt gerade so schön ruhig. So. So, ich würde gerne meinen frittischer Tüffer schauen. Da habe ich noch ein paar Schilder. Was ist Spike-Schaden? Wahrscheinlich, wenn das Schild zerplatzt oder so. Ich habe so viele geile Level-11-Schilder, aber irgendwann noch von der letzten Aufnahme eingesammelt. Was mache ich denn? Was für ein Schild hast du? Hast du ein Level-11-Schild? Dann könnte ich dir gleich mal ein paar droppen. Müsste ich gleich mal gucken. Moment, ich hau mal hier noch den Dings rein. Schild habe ich... Wo ist denn der Turtle-Schild? Ich habe dir die zwei einfach mal fallen lassen, dann kannst du sie gleich aufheben. Steht denn da das Level-Kapazität? Ganz oben. Überm Namen. Ach Gott, ich habe einen Achter. Ja, hier, ich habe dir zwei Elfer hingelegt. Da liegen die. Na, ich muss aber auch erst mal ausmisten, weil meine Dingskirchens hier ist auch voll. Äh, so, wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Wow. Du kannst wegwerfen. Das ist fantastisch, sagt sie. Wird sie nur, oh, gesagt. Nachdem du getroffen wurdest, hast du eine Chance. Nächsten Nahkampfangriff. Ach, Nahkampfangriff. Das. Wenn dein Schild aufgebraucht ist, verfügst du über erhöhten Schusswaffenschaden und eine erhöhte Feuerrate. Brauche ich das? Keine Ahnung. Die Schilder haben für mich aber weniger Sinn. Die haben weniger Kapazität. Haben ein bisschen höhere Ladegeschwindigkeit, ansonsten bringen die mir leider nichts. Oh, erhöht kritischen Trefferschaden. Da könnte ich mal ein paar Punkte draufsetzen. Wah, 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 wah. Ich bin zu weit vorgelaufen. Hast du irgendwas aktiviert? Ein Brennender Psycho ist da vorne, aber der tut nichts. Der will nur spielen. Nee, nee, der rennt da vorne noch rum. Du hast so viel Zeug weggeworfen, was so viel wert ist. Naja, ich kann doch nichts mehr mitnehmen. Dann nehme ich mal hier die Knarre zumindest. Zumindest die blauen Sachen, die kann man ganz gut wegwerfen. Äh, verkaufen. Wegwerfen. Jetzt bin ich auch voll. Super. Na, siehste. Gut, dann nehme ich die nochmal mit. Habe ich noch irgendwelchen weißen Krempel, den ich wegschmeißen kann? No. Ich habe noch einen Haufen, Haufenweise Level 8 Schilder hier aus irgendeiner anderen Kiste. Nur zwölf Rucksackslots. Das ist immer wieder Zeit für ein Upgrade. Ja. So, da vorne wird spaßig, wenn ich mir das so angucke. Was, lass die Uhr laufen? So. Gib mir die Munition. Dankeschön. Achtung mal, die Banditen kümmern sich mit den Insekten. Um die Insekten. Das ist gut. Dann sollen sie doch mal machen. Können wir entspannt so lange alles looten hier im Umkreis. Genau. Gut, macht ihr das. So, wie hat man jetzt nochmal Granaten geschmissen? Äh, gehen. Es ist immer gut, wenn wir uns so tolle Tipps geben können. Ja, ne? Eine weitere Herausforderung gemeistert. Badass-Rang 1. Ha? Ach, der ist wieder so ein Drecksack direkt neben mir. Ein Drecksack direkt neben dir? Ja, da war so ein Psychopath von hinten noch gekommen. Ach. Ein Psychopath von hinten? Jupp. Ein brennender Psychopath von hinten. Ah, ja, von hinten brennt es auch meistens. Das ist klar. Eww. Juhu. Was ist so ekelhaft? Wer hatte nochmals ein Dolch von hinten genannt? Was? Keine Ahnung, du? Was für ein Dolch? Wir spielen nicht in Borderlands. Weiß nicht, was du meinst. Ja, 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 ja. Ich passe schon auf. Du willst doch nur irgendwas gegen mich in der Hand haben. Ich hab einiges gegen dich in der Hand. Oh, der... Pass bloß auf. Du weißt auch Bescheid mit letztem Sommer und so. Diese Flüssigkeit im Wasser sieht ja auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Mh. Oh, yeah. What? Genau. Alle nacheinander bitte hier runter. Genau. Juhu. Noch so einer. Oh, was macht der denn? Irgendwelche verrückten Schockwellen. Hey, der hat aber ganz schön... Naja. Oder auch nicht. Ey, du kleine Mistbacke. Oh, da liegt was lila an ist. Ja. Oh, echt? Wo denn? Iridium Upgrades. Ah, cool. Dankeschön. Ah, ich hab gerade eben auch eine. Die Zahl ist bei mir auch gestiegen. Plötzlich. Ja, siehste. Kriegen wir beide jeweils ein Stück, wenn wir nur eins einsammeln? Das wär cool. Ähm, das sieht so aus. Also, wenn es bei dir jetzt auch was angezeigt wird. Es wird, glaube ich, alles geteilt. Also, Munition, das Geld. Ist doch nice. Ja, sehr gut. Hast du eigentlich auch um deine Schildleiste... Ach, nee. Das ist jetzt wegen meinem neuen Schild. Um meine Schildleiste habe ich jetzt so komische Stacheln. Die werden mir da angezeigt, weil ich irgendwelchen Spike-Schaden habe. Das wird dein Schild sein. Ich glaube, das ist so wie in Borderlands 1. Sobald der Schild aufgebraucht ist, machst du dann irgendwie so einen Explosionsschaden an den Gegnern. Ja, und der Schild gibt dir ja dann auch, ähm, verschiedene Namen unten. Also, ich bin jetzt immer noch Nurse. Krankenschwester. Ja. Ach, nee, vom Schild habe ich jetzt keinen Namen bekommen, oder? Werd ich irgendwas bei dir angezeigt? Also, Level 11, Nurse steht bei mir unten. Das müsste eigentlich vom...